In der Rotnecke wagt sich hier gewissermaßen in die Höhle des Löwen und eröffnet diesen Kampf mit einem Low-Kick. Wir sehen es hier, Agara in der orthodoxen Auslage. Omerowitsch steht rechts vorne. Rechtsausleger gegen Linksausleger, da bieten sich die Inside-Low-Kicks natürlich an. Die haben wir schon gesehen, gerade von Agara. Aber eben auch die Schlaghände, um mit denen die Kombination zu eröffnen. Beide wollen es hier früh wissen und das mag ich an Amateurkämpfen. Man weiß nie so richtig, was man bekommt. Das ist so ein bisschen wie eine Wundertüte immer. Die Jungs haben auf jeden Fall jede Menge Biss. Der Kampf hier trotz Amateurreglement angesetzt, wie man das kennt, auf 3x5 Minuten. Ich würde sagen, 3x3 Minuten. Das ist ja auch immer so eine Wundertüte. Was bedeutet Amateurregel? Das handhabt jeder Veranstalter anders. Mal sind die Rundenzeiten kürzer, mal sind es 5 Minuten Runden, aber nur 2. Mal ist Ground and Pound erlaubt, mal nicht. Mal sind es dicke Handschuhe oder sogar Schüllehandschuhe. So sieht es aus. Aber da beide sich ja bislang auf ein Kickbox-Duell eingestimmt haben, soll das erstmal keine große Rolle spielen. Und als hätte er mich gehört, versucht sich Timo Omerowitsch hier an einem Hüftwurf. Aber ganz gut verteidigt von Michael Agera. Gute Balance bewiesen da. Omerowitsch sieht zumindest mal ein wenig weniger austrainiert aus als sein Gegner. Aber lässt sich hier nicht die Butter vom Brot klauen, obwohl er auswärts kämpft. Und in die Höhle des Löwen gereist ist, wie du es genannt hast, Marc. Macht er hier gut Druck? Ja, und ist mitten im sehr, sehr großen Team hier angereist. Praetorian MMA aus Sarajevo in Bosnien-Herzegowina. Die einige Kämpfer auf der Kart hier heute stellen. Das heißt, er hat natürlich den Vorteil gehabt, sich im Trainingslager mit gleich mehreren Kämpfern vorbereiten zu können, die alle am gleichen Termin ihren Fight haben. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Klar, und man ist dann auch nicht im Ausland irgendwie nur zu zweit und fühlt sich da so ein bisschen allein auf weiter Flur, sondern im Team. Das macht auch was mit der Dynamik. Und die bringt er hier mit in den Cage. Versucht sich Richtung Rücken zu arbeiten von Agera. Agera, der ist gerade sehr, sehr defensiv. Müsste hier versuchen, zu seinem eigenen Rechts mal auszubrechen mit der Hüfte. Jetzt zum Beispiel, wo der Kopf von Omerowitsch weg ist, lehnt sich da aber auf die andere Seite. Also schnelle, explosive Bewegungen mit der Hüfte hier, um rauszukommen. Agera kommt gerade mit dem Druck nicht so richtig klar. Oh, guter Versuch hier nach dem Lösen, den High-Kick versucht. Sieht man nicht oft. Aber Omerowitsch atmet da schon schwer. Wollte gerade sagen, beide haben jetzt schon ein bisschen Tempo rausgenommen. Die Gewichtsklasse hier bis 84 Kilogramm. Und die erste Runde nähert sich dem Ende. Zwei haben beide Kämpfer maximal noch vor sich. Also bis zu sechs Minuten Kampfzeit. Und da fängt sich Agera hier nochmal eine gute Rechte von Omerowitsch. Versucht mit der Guillotine hier die Runde zu beenden. Ja, das war schon die Zeit. Da ist tatsächlich auch der Ringgong sehr leise. Den haben wir auch nur im Hintergrund wahrgenommen, wenn man natürlich kämpft. Da musste sich selbst Referee Nebil Sebein nochmal rückversichern, ob denn tatsächlich schon Schluss war. Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich. Hier sehen wir noch ein paar der Szenen aus der ersten Runde. Beide haben im Kickboxen am Anfang viel, viel Gas gegeben. Ja, die besseren Treffer meine ich aber fast zumindest Kopftreffer auf Seiten des Bosnias. Ja, und der hat auch mehr Druck gemacht insgesamt am Käfig. Deswegen würde ich ihn jetzt hier in der ersten Runde vorne sehen. Hier der versuchte Highkick. Das muss man auch erst mal machen hier so in seinem dritten Amateurkampf. So eine Technik ausprobieren. Und das darf man nicht vergessen, wenn man neu ist in diesem Sport. Das erste Mal oder eine der ersten Male im Cage steht. Und jetzt auch hier auf dieser großen Bühne ist ja was anderes, als wenn man Amateur kämpft irgendwo in einem kleinen Gym oder in einer kleinen Sporthalle. Sondern hier, die Lichter sind an, die Kameras sind auf einen gerichtet. Das macht auch nochmal was mit einem. Ja, und hier haben wir gerade wieder eine andere Statistik gesehen. Ein Kampf, ein Sieg. Auf deinem Zettel steht zwei Kämpfe, ein Sieg, eine Niederlage. Auf meinem Zettel steht null Kämpfe. Also so kann es auch gehen. Das ist immer so ein bisschen die Krux. Du hast es angesprochen, Amateurkämpfe sind wie Wundertüten. Das hat natürlich auch eine Menge damit zu tun, dass man nicht so genau weiß, wo haben die denn schon gekämpft. Man weiß nicht genau, der Omerovic hat ja in Bosnien vielleicht schon 40 Kämpfe gemacht, die nirgendwo stehen. Also das ist auch immer die Gefahr bei solchen Duellen gegen vermeintlich unbekannte, unbedarfte Gegner. Und gleichzeitig kann es natürlich immer sein, dass der ein oder andere in einem anderen Kampfsport schon sehr erfahren ist. Also ein guter Boxer vielleicht viel gerungen hat. Omerovic geht da relativ schnell wieder zum Clinch. Macht das gut mit der Kopfkontrolle hier. Versucht jetzt mit einem Trip Agara auf den Boden zu bringen. Schafft das auch. Landet in der Halfguard. Ja, schön gemachter Outside Trip jetzt in der Fullguard von Agara, der sich hier erst mal auf Defensivarbeit verlässt. Also der große Bodenkämpfer, Submission Wrestler vom Rücken aus scheint da nicht zu sein. Hält da eher fest und spekuliert auf den Stand-Up. Da hat sich relativ schnell die Guard gesichert. Das hat er gut gemacht. Also da sitzen die Reflexe schon. Omerovic macht da viel Druck mit seiner Hüfte. Muss aber aufpassen, dass ihn so Agara nicht vielleicht auch sweeten kann. Der hat jetzt mal einen Arm kontrolliert hier. Er macht weiterhin viel Druck. Versucht auch mit dem Kopf Druck zu machen in der Position. Also er gefällt mir gut, dieser Timur Omerovic. Seinen vermeintlichen Erfahrungsvorsprung merkt man ein wenig. Agara wirkt ein wenig überrumpelt von ihm und von seinem Druck. Das ist nichts Brandgefährliches, was er hier zeigt. Das sind keine super verrückten Aktionen, aber effizient. Ja, auch Agara hatte in der Wettkampfvorbereitung den Armbarversuch jetzt hier vom Innsbrucker. Aber das hat Omerovic kommen sehen. Spielend verteidigt und passiert hier in die Side-Control. Lässt Agara aber aufstehen, geht sofort an den Rücken und versucht ihn wieder runterzuholen. Aber der Österreicher verteidigt das bislang ganz gut. Hat wie gesagt auch den Vorteil gehabt, sich mit vielen Leuten vorbereiten zu können, die hier heute kämpfen. Denn auch sein Team ist zahlreich hier vertreten. Das Team MMA IBK, also dieses Innsbrucker MMA Gym. Also auch da sind einige Leute auf der Card, die hier heute antreten, einige Lokalmatadoren vertreten. Und wie man so schön sagt, Eisen schmiedet Eisen. Das bringt natürlich was, wenn man da viele Kämpfer in der Wettkampfvorbereitung hat. Schöner Tagdown jetzt hier von Timo Omerovic. Ja, bislang sieht er für mich trotzdem so aus, als wäre Omerovic eine Nummer zu groß für ihn. Hält hier zwar noch fest, aber ist da wieder zu Boden gebracht worden. Glaubt nicht, dass hier dieser Guillotine-Versuch fruchten wird. Ohnehin nur noch 14 Sekunden auf der Uhr. Ja, sieht auch nicht sonderlich eng aus. Hat auch die Kontrolle nicht wirklich über Omerovic, wie man hier sieht. Der kann ohne Probleme aufstehen und beginnen zu schlagen. Und das sind auch nochmal gute Treffer hier zu Beginn dieser zweiten Runde. Beruhigend für mich, jetzt war der Ringgong lauter. Das heißt, den hört man auch anständig. Omerovic hat jetzt Rückenwind. Hat man dem Zeitnehmer nochmal eine Butterschnitte gegeben. Der haut jetzt ein bisschen kräftiger auf den Gong. Ja, und hier, die beiden versuchen es auch, auf den Gong zu hauen. Aber der Großteil dieser Runde im Bodenkampf stattgefunden. Das Ground-and-Pound, das wir gesehen haben, kam, na, sag ich mal, 50 Prozent vom Michael Agara, der auf dem Rücken lag. Die Submission-Versuche, alle nicht wirklich gefährlich. Der Druck kam von Omerovic. Also für mich auch wieder eine Runde für Omerovic. Und hier der Takedown, der hat ganz schön gekracht. Ja, und Agara tut sich ein bisschen schwer am Boden, seinen Gegner zu kontrollieren. Aus der Rückenlage heraus. So, dass er hier eben auch Schwierigkeiten hat, Submissions anzubringen. So, letzte Runde. Auf meinem Punktrichterzettel müsste Michael Agara jetzt hier mal einen Gang zulegen und versuchen, den Finish zu suchen. Agara atmet hier nach wie vor relativ schwer zu Beginn schon dieses dritten Durchgangs. Also der wird froh sein, wenn die drei Minuten hier rum sind. Omerovic steht auf der anderen Seite ein bisschen gelassener aus. Ja, für den ist es ja auch bislang ganz gut gelaufen. Also der kann jetzt erst mal kommen lassen. Er wird wahrscheinlich wissen, dass er hier vorn liegt nach Punkten. Ja, zumindest mal ahnen, so richtig sicher kann man sicher bei den Punktrichtern nie sein. Oh, schöner Highkick. Da war Agara schon noch einen Weg raus. Auch da noch mal ein paar Schwinger hinterher. Und er macht einfach so viel Druck, dass Agara gar nicht richtig die Beine auf den Boden bekommt. Macht er gut. Taktisch gut gemacht. Agara lässt sich hier weiterhin aufs Festhalten, hofft auf den Stand. Aber das Problem ist, dass er ja auch im Stand nicht unbedingt Akzente setzen konnte. Bisher hat er ein, zwei gute Bodykicks gehabt, ein paar schöne Lowkicks, ein, zwei Treffer im Stand. Aber ansonsten ist er da immer wieder in der Gefahr, sofort wieder runtergeholt zu werden. Das hat Omerovic hier bislang ganz gut gemacht. Und er macht diese Takedowns immer hervorragend getimed. Sehe ich genauso. Die Situation, in der er geglänzt hat, waren diese Bodykicks, davon aber auch nicht so viele und nicht so viel Wirkung, dass sie da in der Lage wären, die Aktionen von Omerovic zu übertünchen. Hier versucht er nochmal einen Triangle. und das hat sich ganz gut gemacht. Und er hat einen Triangle, ganz gut gemacht. Also es sind auf beiden Seiten Ansätze da, was die Bodenkampffähigkeiten angeht. Aber es fehlt nur so ein bisschen, ich sage mal, der Feinschliff. Ja, aber genau dafür sind ja diese Amateurkämpfe auch gedacht. Jetzt hat hier Omerowicz sogar noch die Chance, in den letzten 40 Sekunden den Kampf vielleicht sogar zu beenden. Ein Durchweg-dominante Vorstellung bislang von ihm hier. Agara kämpft sich nochmal raus. Das war eine sehr, sehr hohe Mount und damit hat er riskiert, dass Agara da rauskommt. Und genau das ist auch passiert. Jetzt beendet er hier diese dritte Runde auf dem Rücken des Gegners. Aber er braucht aller Wahrscheinlichkeit nach dem Finish und das in 17 Sekunden zu holen, das wird schwierig. Das wird eng und genauso eng müsste da jetzt auch der Renegade Choke sein, um das umzusetzen. Er probiert es auf jeden Fall, hat aber die Position nicht. Die Hooks sind nicht drin, das kann eigentlich nicht funktionieren. Die Zeit läuft gegen ihn und müsste jetzt auch vorbei sein. Da ist es vorbei, hat zwar stark gefinisht, das unterstreicht nochmal sein Kämpferherz, sein Siegeswillen. Trotzdem hat es für mich nicht ganz gereicht hier für den Lokal-Matador. Wir sehen hier diese wilden Schlagabtäusche. Beide sind dann immer im Schlagabtausch noch so ein bisschen außerhalb ihrer Struktur. Auch das kommt mit der Zeit hier der Triangle-Versuch, aber keine Kontrolle über den Mann. Hier der Omoplata-Versuch, den du angesprochen hast. Und da einmal der Escape aus der sehr, sehr hohen Mount. Das ist eben immer die Gefahr, wenn man zu viel sich auf die Offensive konzentriert, dass man dann seine Position verliert. Auch das sind Erfahrungswerte. Trotzdem zwei gute junge Talente, die wir hier gesehen haben. Ja, großen Applaus hier. Das Publikum feiert hier auch beide Kämpfer. Michael Agarer lässt er hier schon feiern. Aber ist vielleicht auch einfach froh, dass er es hinter sich hat. Ja, man kann ja auch einfach feiern, dass man es hier gemacht hat, dass man die Vorbereitung abgeschlossen hat. Da ist ja jeder an und für sich schon ein Sieger. Und während wir hier auf die Urteilsverkündung warten, schon der Hinweis auf den nächsten Kampf. Ein Damenkampf zwischen Franziska Blum und Katharina Ritschkova. Das gibt es gleich. Und hier ist der Sieger des ersten Kampfs. Ja, keine Überraschung hier. Alle drei Punktrichter haben den Bosnian Fon gehabt, der drei recht dominante Runden hier eingefahren hat. Aber beherzte Leistung von Michael Agarer mit guten Ansätzen und wenn der noch ein paar Stunden investiert im MMA-IPK-Gym hier in Innsbruck, dann sehen wir den beim nächsten Mal mit Sicherheit stärker wieder. Ja, das wünschen wir uns. Das erste Mal ist immer schwer. Timur Omerovic, da wünsche ich mir, dass er erstmal so weitermacht, wie er bislang gemacht hat.